Der da mit dem Abschluss und dann ist Kronero im Nachbasten und es wird auch nur entschieden, genau, so haben wir es auch gesehen, dann gucken wir da gleich nochmal, der ist in Tokio, kann es nicht glauben, auch ein bisschen für mich in die Situation, aber wir haben hier noch mehr Zeit gegeben. Der Schuss hat man hier bekommt und der da geht er hoch aus, hoch macht und technisch, wie er auf dem Fall hatte, aber da ist das auch ganz eindeutig. Da kann man nichts mehr merken, es geht an Kronero, also das ist erstmal für die Kronero, weil das ist in Tokio.